Herzlich willkommen zu «Alle Spiele, alle Tore» live auf Teleklub. Heute mit den Partien «Sillon gegen GC», «Lougano gegen St. Gallen» und «Basel gegen Samax». 3-2 L, 1 vom Nachfolger, der auf den Vorgänger getroffen ist, 1 von den grössten «Lazaretten» der Liga und 1, wo es beim letzten Aufeinandertreffen zu diesem Horrorfall schon vor der Saison gekommen ist. Zu diesen drei Spielen ganz herzlich willkommen bei «Alle Spiele, alle Tore» der 11. Runde. Wie viel Goals und wie verteilt, das werden wir jetzt aufklären können in dieser halben Stunde. Und es freut mich, dass wir das zusammen machen können mit dem Teleklub-Fussball-Experten, mit dem Zubi. Schön bist du hier. Guten Abend miteinander. Und das sind die drei Spiele, die heute noch gewesen sind, nachdem er schon gestern gespielt wurde, in dieser 11. Runde. Luzern hat daheim verloren gegen Thun, Zürich und IB. Die trennen sich in einem ganz verrückten Spitzenkampf 3-3. Heute der FCB daheim gegen Neuchatel-Xamax, Lougano gegen der FC St. Gallen und der FC Sion hier im Tourbillon gegen GC. Und wir wechseln jetzt zuerst in richtigen Sein. Dort ist es ja heute zum ersten Duell zwischen den beiden Mannschaften, wo es zuletzt so richtig gekracht hat. Der Cédric Itten ist nach dem Horror-Foul von Fabio D'Aprella ausgeschieden. Und darum hat natürlich heute vor allem St. Gallen wohl eine Revanche nehmen, zumindest resultatmässig. Seht Rina Schaller im Gornaredo. Ist das glückt und wenn nicht, wieso nicht? Ja, das mit dem Wellen und dem E-Bau-Umsetzen ist so eine Sache. Man hat jetzt auch lange gedacht, als Zuschauer, bei der zweiten Halbzeit geht gar nichts mehr. Also es bleibt bei dem 2-0, was in der Pause war. Schlussendlich steht es aber 3-1. Für Lugano, so ist der Stand und ich begrüsse unsere beiden Gäste. Das ist der Goalie vom FC Lugano, David Acosta. Gratuliere zu diesem Sieg und den Stürmer vom FC St. Gallen, Roman Buess. Willkommen. Ja, mir rollt das Feld gerade von vorne auf. Am Anfang ist St. Gallen recht gut eigentlich ins Spiel gekommen. Man hat gedacht, das kommt jetzt gut mit dieser Revanche. Und dann bis zu den 20., wo das erste Goal gefallen ist von Lugano. Und dann, was ist passiert? Ja, ich glaube, das ist richtig. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Wir haben uns viel vorgenommen, heute nach der Niederlage vor ein paar Wochen. Und ja, leider sind uns gerade die zwei Goale zu dem Zeitpunkt gegen uns gefallen, wo es uns eigentlich ganz gut gelaufen ist. Wir sind gut drin gewesen, wir sind gefährlich gewesen, aber ja, wir sind dann in der Kontrabsicherung zu schwach gewesen und das hat Lugano ausgenutzt. Ja, wir haben jetzt gerade das 1-0 gesehen. Gerade vier Minuten später dann das 2-0, wo wir uns gerade anschauen. Aber zuerst David, der Costa, das mit dem einfachen Spiel hat vor allem gut geklappt. Das hat man da auch gut gesehen. Das hat es da auch beim zweiten Goal, oder? Der Pass in die Tiefe, der sehr einfach passiert. Ja, ich denke, wir haben das letzte drei Wochen mit dem neuen Trainer und dem Philistini eigentlich angeschaut, dass wir mehr vertikaler spielen, mehr sozusagen schon hinten raus spielen und Raum gewinnen, aber mehr konkreter sein. Und das haben wir dann gemacht. Mit den drei, vier Passen haben wir zweimal das Goal geschossen heute. Es ist uns sehr gut gelungen. Ich denke, es hätten viel mehr Goals schiessen können. Wir hatten ein paar Kontraktionen sonst noch, aber ich denke, wir haben auch heute auf ein starkes Kalt getroffen. Und es hat einfach alles stimmen heute, dass wir diese drei Punkte reinlassen können. Dann in der zweiten Halbzeit ist aber lange nichts gegangen. Also von 40 Minuten haben wir gewartet gehabt, bis dann das nächste Goal, das 3 zu 0 gekommen ist. Das war nochmal der Garlinios Junior, der hier erhöht hat nochmal für Lugan. Ja, auch da. Ich denke, wir spielen vertikal quer und Alex macht super. Ich denke, dem Alex und dem Junior mag ich sehr gewinnen. Und an Bottani, dass sie da heute die drei Goals geschossen haben. Alle in das Trio davor, weil die sind die ganze Zeit unterwegs gewesen. Hinten wie vorne. Wenn du auf Konter spielst, machst du halt die Laufwege. Und ja, es ist super, dass sie alle, glaube ich glaube, Botta hat die Junior zwei Goale und ich bin jetzt nicht mehr sicher. Genau, Bottani. Das hat uns leider nicht mehr genutzt, es ist zu spät gekommen. Wir haben auch konkret zu sein, das ist uns vor dem Goal zu wenig gelungen. Wir hatten viele Abschlüsse, vor allem in der ersten Hälfte. Die meisten halt ausserhalb des 16er. Uns ist es nicht optimal gelungen, in den 16er reinzudringen. Das hat Lugan auch sehr gut verteidigt, das müssen wir ehrlich zugeben. Nichtsdestotrotz können wir das besser lösen und dann können wir auch in Zukunft gefährlicher werden. Man muss gefährlicher werden, oder? Das haben wir heute ganz oft angesprochen. Die Revanche, die man jetzt wollte, vor allem gegen Lugano, dass das gelungen wäre. Vor allem jetzt auch mit dem Eton-Fell, der immer wieder angesprochen worden ist. Der Prela heute auf der Bank. Wie habt ihr das als Spieler wahrgenommen? Es ist ehrlich gesagt gar nicht thematisiert worden. Logisch ist, es ist viel geschrieben worden, viel gemacht worden. Es tut uns einfach leid für ein Sedi, was passiert ist. Es ist ein Riesenscheiss. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zurückkommt. Aber das ist leider passiert. Wir können es nicht mehr ändern und darum müssen wir in die Zukunft schauen. Und wir versuchen das Beste für den Verein zu machen, auch wenn es leider ohne ist. Wie hat man es auf der anderen Seite wahrgenommen, die ganze Geschichte? Ich denke, ich schliesse mich an. Am Busen ist sehr viel geschrieben worden. Es muss eigentlich jetzt mal fertig sein. Ich denke auch Respekt gegen Eton, das war eine schlimme Verletzung. Es muss einfach jetzt mal sein. Es ist passiert. Niemand hat es wollen. Auch Fabio nicht. Und ich denke auch, für Fabio ist es nicht einfach. Wie auch nicht für Eton. Aber es muss einfach jetzt fertig sein. Es ist jetzt her. Und ich habe jetzt das dritte Mal, als ich ein Faul erlebe. Zweimal mit dem FCZ, mit dem Gilles und mit dem Burim. Also, ja, es passiert. Und niemand wünscht sich das. Und ja, aber jetzt ist es gut. Jetzt kommen wir langsam ins Tagesgeschäft rüber. Und das ist richtig schön. Schauen wir mal, was die Liga entscheidet. Ja, genau. Es sind jetzt die Richter, die ich jetzt entscheiden glaube ich. Und ich denke, es war gut, dass Fabio nicht gespielt hat. Der Trainer glaube ich richtig entschieden. Ich glaube auch für Fabio. Und gut. Ja, wir wünschen dir alles Gute. Danke vielmals, dass ihr beide da gewesen seid. David Agosta und Roman Buess. Merci. Ja, und damit mit dem 3 zu 1 gebe ich wieder zurück auf Sion über die Berge. Auf die andere Seite. Also, das 3 zu 1 für Lugano gegen der FC St.Gaue. Heimpremiere von Fabio Celestini gelückt? Absolut. Absolut. Und wenn man die schönen Goale sieht, das sind natürlich wunderbar ausgespielte Goale von Lugano und hoch verdient gewonnen. Und ja, ein wunderschönes Debut von Fabio Celestini. Sicher beim Heimspiel. Und damit auch wieder ein Präsident die Woche ruhiger tickt in Lugano. Und wenn wir schon über die Berge sind, dann können wir jetzt auch noch weiterfahren. Und zwar ganz in Nordhofen in St. Jakob Park. Dort ist der FC Basel heute auf Neuchâtel-Gsamax getroffen. Und weil IB ja gestern unentschieden gespielt hat, hat die Basler heute die Möglichkeit gehabt, auf 9 Punkte zu verkürzen. Bei 3 noch direktuell wird das heissen, Gianni Weiler, dass sie es wieder in den ganz eigenen Händen hätten, vielleicht an die Spitze zu kommen. Die Frage ist, haben sie die Chance genutzt unter dem Anblick von Roger Federer und Arthur Kohn? Ja, also dass die beiden zugelangt hätten, hat nur teilweise Glück gebracht am FC Basel. Am Ende gibt es eine Punktenteilung zwischen dem FC Basel und dem Aufsteiger aus der Challenge-League Neuchâtel-Gsamax. Ein Vertreter darf ich schon bei uns am Tisch begrüssen. Raphael Nutzerloh, schönen guten Abend und herzliche Gratulation zu diesem Punkt. Und jetzt müssen wir mal etwas erklären. Ich habe nachgeschaut, 35 sind sie, aber wenn man ihnen zuschaut auf dem Feld, hat man das Gefühl, sie sind eher 23 oder 24. Nein, nein, es ist ein Kompliment. Merci. Nein, nein, ich versuche immer das Beste zu machen, wenn ich auf dem Feld bin. Wochenende ist der schönste Tag für uns Fussballer. Und in meinem Alter, ich geniesse solche Momente, weil, wie jeder, wir sind in dem Moment, wo es kommt. Aber ich will noch viel machen im Fussball, also mit meiner Mannschaft, das heisst diese Saison noch uns retten. Das ist für uns eine tolle Leistung, wenn wir das machen können und ich gebe alles für meinen Verein. Und ein Punkt in Basel, der kann ja dann am Schluss ganz wertvoll sein. Es ist nicht nur für sie das Wochenende wunderschön, sondern eben auch für uns, weil wir Fussball können anschauen und über die Szene diskutieren, wie zum Beispiel die in den 39. Minuten, wo Raphael Nutzerloh in Wolves ist. Vielleicht wollen Sie selber noch mal, wie haben Sie die Situation geschät? Die Frage war, es war Penalti, oder haben Sie Berührung gespürt? Ja, ich glaube, ich bin Togoli, ich komme nicht an. Ich bin vor dem Verteidiger und ja, er trifft mich mit dem Fuss. Ich glaube, wenn es ist... Auch da sieht man es am besten in der Einstellung. Wenn ich nehme das Gegenteil, es ist, ja genau, es ist ein IETI für Basel, es ist eine Vormutenskurve, es ist ganz klar Penalti. Wenn du bist Aufsteiger, weniger, habe ich ein wenig gesagt. Und ja, er kann pfeifen auch nicht, aber als Aufsteiger musst du das akzeptieren. Und an der Halbzeit, habe ich schon gesagt, beim Interview, wir sind auf dem guten Weg gewesen. Und in der zweiten Halbzeit, wir konnten den Goal schiessen und dann, ja, schade für die drei Punkte, aber wir müssen in Basel nie enttäuscht sein, wenn wir einen Heldpunkt machen. Also, und apropos FC Basel, wir begrüssen gerade noch einen Vertreter, der Silvan Widmer bei uns. Schönen guten Abend. Hallo zusammen. Wir haben jetzt gerade Penaltiszenen angeschaut, kurz vor der Pause, eine Minute später, der Führungstreffer für den FC Basel. Dann schauen wir natürlich, wenn sie jetzt gerade bei uns am Tisch angekommen sind. Selbstverständlich auch noch an den Albianer, jetzt das erste Kopfballgoal in dieser Saison vom FC Basel. Eigentlich auch eine wahnsinnige Statistik. Und schöne Flanken, by the way. Merci. Ich wusste nicht, dass das erste Kopfballgoal ist. Allgemein sind wir nicht mega hochgewachsene Truppen im Durchschnitt, aber das sollte keine Entschuldigung sein. Ich denke, wichtig ist, dass man in den 16er vordringt, ob wir sie dann mit dem Kopf, oder mit dem Fuss, oder mit dem Knie oder den 8. Das ist egal. In dieser Situation sind wir mehrere Spieler im 16er gewesen und dann kann es immer gefährlich werden. Das ist der Führungstreffer gewesen vor der Pause. Da hat man gedacht, es läuft so, wie es viele vermutet haben, aber nicht so mit Neuchatel-Gsamac. Es ist unglaublich schwierig gegen diese Mannschaft zu spielen, vor allem wenn sie sich jetzt in den letzten Spielen so weit zurückzieht und über die Konten versucht, zum Erfolg zu kommen. Und so ist es dann eben auch beim Ausgleichstreffer gewesen. Ich glaube, dann schauen wir uns auch noch gerade mal schnell an. Es ist die 52. und sechste Saisongall von Raphael Nuzolo. Die Flanken. Ein bisschen Glück haben dabei, dass Fabian Frey ablenkt. Ja, genau. Es ist oft so, dass der Stürmer versucht, das zu sehen. Der Verteidiger war überrascht und kann nicht viel machen. Aber ich glaube, dieser Zeitpunkt, das ist 1-1 in Ordnung gewesen für uns, weil wir in der ersten Halbzeit sind 0-1 in Deutschland und das ist nicht für meine Augen also der Resultat gewesen, das für uns das Beste war. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir auch andere Chancen. Nicht klare Chancen, aber wie gesagt, 1-1 ist gut für uns. Und in einer Szenen hat der FC Basel eben gerade vier Möglichkeiten gehabt. Sie sind auch zu mittendrin in die 57. Spielminuten die vierfach Chancen des FCB. Was hat es denn so schwierig gemacht, gegen Samax am heutigen Nachmittag, vor allem in der zweiten Halbzeit, irgendwie noch so richtig klare Torschancen wie diese rauszuspielen? Gut, ich meine, die Situation ist sinnwildlich. Sie sind eine geschlossene Mannschaft, die wissen, was für Qualitäten das haben. Sie sind sich bewusst, dass sie den Aufsteiger sind und müssen über Mannschaftsleistung zu Punkt kommen. In dieser Situation waren es wirklich die Zehnte hin und haben das Goal verteidigt. Wir haben einen grossen Aufwand betrieben. Ich denke, wir hatten auch viel Ballbesitz. Ganz vorne hat dann noch ein bisschen etwas gefehlt, dass wir dann das zweite Goal noch mal machen können. Ganz hinten fehlt im Moment auch ein bisschen etwas. Bis zum 17. Mal in Serie nicht zu null gespielt, negativen Vereinsrekord. Auch das noch, jetzt in dieser Phase des FCB. Das passt ja irgendwie auch an das Spiel. Ja, klar. Wir schaffen es nicht, mal einen Match zu null zu spielen. Wir bekommen immer Goal, meistens blöde Goal. Ich denke, heute ist es eine abgefälschte Flanke gewesen. Das kann natürlich passieren. Aber nicht jeden Match. Ich denke, wir müssen uns unbedingt verbessern. Wir müssen mehr geschlossener auftreten als Mannschaft. Und den ganzen Willen auf den Platz zu bringen, kein Gegengoal zu bekommen. Also die nächste Chance ist ja dann schon gleich in einer Woche auswärts gegen Grasop. Danke vielmals Silvan Wittmer und danke vielmals Raphael Nutzelow. Und Gratulation zum Punkt. Also die beiden Protagonisten vom heutigen Abbieg 1-2-1 zwischen dem FCB und dem Gesellmarkt definitiv zu wenig für die Ansprüche vom FC Basel. Aber den Punkt nimmt Neuenburger sehr, sehr gerne mit. Und ich gebe gerne zurück zu euch auf sie an. Und ich nehme einen Punkt sehr gerne auf von Gianni Wieler angesprochen. Hat der FC Basel 17 Mal in Folge nicht zu null. 14 Mal nicht zu null, Heinz Lindner, das hat ihr zuletzt geschafft. Jetzt, heute. Endlich mal zu null. Das war auch das erste, was ihr gerade gesagt habt, hier, wo ihr an die Tische kam. Endlich. Ist jetzt eine grosse Erleichterung in dem Fall. Absolut. Also ich glaube, wir wissen, wie wichtig es ist für die Torhüter, zu null zu spielen, aber auch für die Mannschaft, der das weiss, dass zu null gespielt werden kann. Jetzt ist uns das endlich gelungen, auswärts gelungen und ja, wir sind alle froh darüber. Zwei Goalies, beide nicken, was heisst zu null? Du hast immer den Goalie auch gut gewesen, oder Zubi? Wir haben vorhin schon diskutiert, mehr wie Hund. Da bist du der Moderator, das kannst du nicht wissen. Das Gefühl kenne ich gar nicht, zu null spielen. Wir machen mal miteinander eine Theorie. Gut, dann hast du 10 Mal auf das Goal knüpfen und wenn ich dann mal einen zu null habe und zu null spiele, dann weiss ich dann vielleicht auch, wie das Gefühl ist. Aber einer, der sich ganz gut gut anfällt, ist Heinz Lindner. in der 17. Minute. Der Birama Ndoi, Innenverteidiger Notabene, zeigt hier seine Gelenkigkeit genau gleich mit ihr, Mero. Ja, es war ein schöner Fallrückzieher und ich bin einfach froh, dass ich in der Situation der Mannschaft abhelfen kann. Der Ball wird geklärt, kommt wieder zurück, schwierig zu verteidigen dann und ja, bin froh, dass ich ihn noch irgendwie rauskratzen kann. Ja, die macht das sehr schön. Es ist sehr überraschend, Verteidiger, wie man da den Fallrückzieher ansetzt und der Ball kommt ziemlich gut, eine gute Pace hat er drauf und da haben sie schon am Anfang gezeigt, hey, ich bin bereit, ich bin bereit. Und es ist natürlich immer wichtig, dass das dann auch über die Mannschaft weitergeht. Und so eigentlich geht es ja in der ersten Halbzeit gespielt. Sie sind wach gewesen, sie sind vorne drauf gewesen und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Wie hat nicht der Thorsten Fink auf das Spiel eingestellt? Wir haben viel schon darüber geistet. Ich bin nicht dabei gewesen, wer bei der Besprechung. Also wirklich genau so, das war der Matchplan. Vorne drauf gehen, aggressiv, Gegner wenig räumen lassen im Aufbauspiel. Ist uns, glaube ich, in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. Bin auch der Überzeugung, dass wir in der ersten Halbzeit die grösseren Chancen gehabt haben. Hätten vielleicht noch einen machen können und mit 1-0 in die Halbzeit gehen oder sogar mit 2-0. Aber ja, wichtig ist, dass sie nur hinten steht und das war für uns wichtig. Und in der ersten Halbzeit war noch etwas anderes richtig, nämlich ein Entscheid vom Scheizrichter in dieser Szene hier. Wir haben lange gerätseln, Penalty oder nicht. Das ist auch ganz schwierig, müssen wir sagen, für einen Scheizrichter zu beibringen. Er kann das nicht sehen, aber mit der Lupe sieht man es halt. Ja, man sieht es auch in dieser Situation das rechte Knie von Zvetkovic, hinten dran geht, an die linke Fersen. Und hier bei der Lupe sieht man, hier berührt er und hier sieht man, wie das Fussgelenk kommt und dann ist er umgeflogen. Und wenn er da Penalty-Pfiffen hat, hättet ihr euch nicht beklagen in dieser Situation, aber sehr schwierig natürlich zu sehen. Zvetkovic ist in den Sport gekommen, hat dann oben nur leicht berührt, aber unten dran sieht man einfach den Kontakt, der da ist und hat für eigentlich eine hellige Karte bekommen und das ist ein bisschen brutal gewesen. Richtig, ich glaube, dass sich der Schiedsrichter auch auf die Situation oben konzentriert hat, was meiner Meinung nach auch zu wenig gewesen ist. Und wenn der Schiedsrichter sich auf oben fokussiert und die Situation oben beurteilt, was mit der Hand passiert ist, die Hand war dort aber wirklich zu leicht um einen Elfmeter zu pfeifen und hat dann den Kontakt unten nicht gesehen. Das haben wir auch so analysiert, also der Oberkontakt hätte nicht gelenkt für einen Penalty in dieser Szene. Und dann ist es in die zweite Halbzeit gegangen, da haben beide Teams irgendwie ein bisschen mehr Mühe gehabt, auch geht es, grosse Abschlussmöglichkeit dann vom FC Sion, und zwar der Moussa Cité und wieder seit dir der Endstation ist, Heinz Lindner. In dieser Situation hervorragend, wie Heinz den Ball um den Pfosten herumkratzt, da sieht man, dass er es flanken kann. Da sind er viel zu weit weggestanden, in der Verteidigung auch, und die Cité kann den Ball direkt nehmen, aber die Holsch hervorragend raus, das ist ganz ein schwieriger und auch da hat er wieder zeigen nach der Pause, hey Jungs, ich bin da, und das braucht man, einen guten Koli, der parat ist, der wach ist, und so hat sich das auch über die ganze Mannschaft und schlussendlich konnten sie das zu null über die Runde bringen, was natürlich sehr wichtig ist für GZ. Trotzdem, was verbannt ist, der Unterschied von der ersten zu der zweiten Halbzeit, man konnte in der zweiten Halbzeit nicht mehr den Druck entwickeln, nicht mehr den Vorwärtsdrang das Pressing aufziehen, gibt es einen Grund dafür, oder hat man gesagt, die zwei Mal versuchen, auf null zu spielen, weil Sion wird sicher kommen in der zweiten Halbzeit. Es ist schon so, dass wir jetzt in der zweiten Halbzeit sicher nicht mehr die Chancen vorgefunden haben, die wir in der ersten Halbzeit vorgefunden haben. Ich muss aber auch sagen, wir haben bis auf zwei Situationen nichts zugelassen und haben auch den Ball gut laufen lassen. Es war jetzt nicht so, wie schon des Öfteren bei uns, gerade in der letzten Zeit, der Fall war, dass wir sich dann zurückgezogen haben, dass wir versucht haben, zu mauern, dass wir quasi Angst gehabt haben, um zu siegen. Wir haben trotzdem auch die Möglichkeiten gehabt, frech nach vorne zu spielen. Ja, der letzte Pass hat gefehlt, der in der ersten Halbzeit gekommen ist. Ich muss aber trotzdem sagen, dass wir sicher besser aufgetreten sind in der zweiten Halbzeit, wie jetzt das gegen Luzern, gegen St. Gallen, der Fall war. Es ist eine Steigerung gewesen und trotzdem ist noch einmal Sion gefährlich worden, 79. Minute, der André-Louis Neitzkazubi, vor allem, weil der Dumbi, an der der Ball unterläuft. Ja, das ist natürlich brutal am Schluss, wenn man so in den zehn Minuten vor Schluss noch das Goal überkommt, nach dem stehenden Ball von Kasami schön reintritt und der Dumbi unterläuft, der Ball, das ist eine riesige Chance eigentlich für den Neitzk in dieser Situation. Aber nochmal, es ist ja normal, dass Sion mehr Druck erzeugen muss. Und mit der Kasami-Einwechslung habe ich eh gefunden, ist Sion stärker geworden, es war mehr Körper noch dabei gewesen und da sind stärker geworden und aber nochmal, die Situation war unter Kontrolle und der Neitzkazubi der Ball meist aufs Goal kam. Es war jetzt halt der Innenverteidigerabschluss, typisch, oder? Wenn wir es mit dem Birram Andoi vergleichen, der hat einen schöneren Fallrückzug gemacht. Der Neitzkazubi muss noch ein bisschen mehr Abschlüsse trainieren in Zukunft dann. Nein, der Neitzkazubi hat dazu zu tun, dass es eben 0 zu 0 steht und es ist eben doch nochmal Möglichkeit da gewesen für GZ, dass es vielleicht sogar 1 zu 0 könnte sein und auch da ist es eine kleine Berührung am Fussgelenk von Nedim Bayrami und da hat es benötigen müssen. Ja, und da haben wir auch recht nachschauen müssen. Also das ist ganz genau angeschaut, wir lassen es jetzt hier mal so laufen und man sieht, unten dran steht der berührte Fuss. Der berührte Fuss, der Abdelawi bei dieser Situation und da hätte sie gar nicht reklamieren dürfen. Das war genau hier. Jetzt ist er drauf gestanden. Und das ist auch für mich eigentlich ein Penalti. Ja, dann wird es wieder ausgeliefert. Absolut richtig. Der Verteidiger geht in der ersten Aktion schon auf 100%iges Risiko, weil wenn er dann den Ball nicht trifft, dann gibt er gleich bei der ersten Aktion elf Meter. So hat er nochmal die Möglichkeit, den Ball zu klären, macht aber dann wieder ein Foul, also zweimal Glück für die Sion. Aber du hast es ja nicht gesehen von hinten, oder? Ich habe es nicht gesehen von hinten. Das kommt noch. Das ist die nächste Generation Goli, das ist jetzt in der Fernsehfilter. Aber es hat schon so ausgeschaut, also warum muss ich da nicht mehr fallen lassen? Also ich habe mich schon gewundert dann auch im Spiel. Jetzt sehe ich es ganz klar, also wirklich hier ausgleichende Gerechtigkeit oder Glück. Es ist ja so, GZ hat ja noch nie wirklich einen Sieg bestätigen können. Immer wenn man gegen ein Team gewonnen hat, ist daraufhin wieder ein Niederlage kommen. Heute hat man jetzt ein 0 zu 0 geholt. Es ist glaube aber schon ein anderes GZ nach dieser Nazi-Pause, wenn man es heute in 90 Minuten anschaut, man kann sagen, man hat es eigentlich gleich bestätigt, obwohl man nicht gewonnen hat. Wie sieht ihr es? Ja, auswärts, wir sind einhergefahren, um drei Punkte zu holen, das muss man ganz klar sagen, mit unserem Matchplan. Wenn man aber die drei Punkte nicht holen kann, dann ist es wichtig, nicht zu verlieren. Das haben wir heute gemacht. Und zu 0 spielen. Und zu 0 spielen. Ich muss aber auch sagen, als ich von der Länderspielpause zurückgekommen bin, bin erst am Mittwoch wieder eingestiegen ins Training und die Mannschaft war hungrig, die Mannschaft war aggressiv. Da habe ich schon ein bisschen gemerkt, okay, da ist was anders und jetzt müssen wir auf dieser Schiene bleiben. Und das nächste Spiel ist dann gegen den FC Basel, die 17 Mal ja nicht zu 0 gespielt. Die Chance ist vielleicht auch nicht so schlecht. Danke, ja. Also danke vielmals, seid ihr vorbeikommen, geniessen den Punkt und gute Heereise. Danke sehr. Ja, und wir wollen natürlich noch eine Stimme gehört vom FC Sion und dort ist heute eine andere Auffälligkeit gewesen bei diesem Spiel. Und zwar hat Sion seit 57 Spielen in Folge nicht mehr 0 zu 0 gespielt. Und heute, da haben sie eben selber dazu beitragt, dass es so weit gekommen ist, eben auch, weil André-Louis Neitzke den Ball, den wir angeschaut haben, in der 79. Minute nicht im Kasten versorgt hat. Jetzt im Interview bei Nathalie Barras. André-Louis Neitzke, Sie hatten eine super Möglichkeit in der zweiten Halbzeit. An was sind Sie schlussendlich gescheitert? Ja, schade. Ich wollte nach oben schießen, aber die Ball war zu hoch gegangen. Aber, ja, schade, schade. Aber zum Glück haben wir einen Punkt geholt und auch zu null gespielt. Es war eine sehr hitzige zweite Halbzeit. Wieso wurde es so hitzig plötzlich? Viele Emotionen waren da drin. Ja, wir wollten drei Punkte gewinnen und darum haben wir ein bisschen Druck gemacht. Ja, aber schade. Jetzt haben wir gegen Ibe ein wichtiges Spiel auswärts und man muss konzentriert sein. Es wird auch sehr, sehr schwierig gegen die Berner Young Boys auswärts. Ja, sehr schwierig, aber wir sind parat, wir sind parat und wir müssen konzentriert sein und wenn wir Chancen haben, wir müssen treffen, aber heute leider haben wir nicht getroffen. Vielen Dank, merci. Und da geht es noch etwas ganz kurzes anzufügen. Es gab ja noch einen Spieler, der von Anfang an gespielt hat, Charrette Kassa, ein ganz junger 21, äh, 20er natürlich aus der Rue 21 gekommen. Ist heute noch ohne Durchschlag straft geblieben? Vielleicht mit der Grund, warum dass man vorne heute nicht ganz so die Durchschlag straft gehabt hat? Oder was ist deine Einschätzung? Also er hat es gut gemacht? Hast du bemüht? Ja, also was würde man jetzt von ihm erwarten? Also jetzt da Wunderdinger vollbringt. Also Murat hat sicher da genau überlegt, er will ihn jetzt mal zeigen, mal ins kalte Wasser rühren, kein Druck, nichts, Spiel auf und er hat seine Sachen eigentlich okay gemacht. Aber was noch interessant ist jetzt bei dem Interview vom 90-Meter, man hat ja bei ihm gespürt, man hat endlich zu Null gespielt. Ist auch etwas Gutes. Und da merkt man, es ist heute so ein bisschen das zu Null gewesen. Weisst du, du möchtest es nicht mehr hören, aber bei beiden Mannschaften ist jetzt wichtig, dass man einfach mal kein Goal rüberkommt und so kann gestärkt, wenn jetzt Sia geht nach Bern gegen IB, ist immer gut, wenn man weiss, man hat im letzten Match keinen Goal rüberkommt und GC spielt zu Hause gegen Basel, wo es natürlich auch wichtig ist, dass man weiss, man hat keinen Goal rüberkommt lentlich. Und das sind so Sachen, die man den nächsten Schritt reinmachen kann. Nächster Schritt also vor allem auch von GC. In der Tabelle hat das folgende Auswirkung, das sind die Resultate, die es heute gegeben hat. Also Basel 1-1 gegen Xan Max, Lugano 3-1 gegen St. Gallen Sion 0-0 gegen GC. In der Tabelle tut sich nur bedingt etwas, bis damit vorne bleibt alles eigentlich gleich. IB und Thun, eine Berner Spitze, Zürich und Basel punktlich mit 17 Punkten. Lugano verbessert sich natürlich, hat jetzt 13 Punkte und ganz hinten ist an der Xan Max ein Punktgewinn, will aber eben Sion und GC auch noch einen Punkt holen, bleiben sie schlusslich von der Tabelle. Und damit wechseln wir von der Super League zu den beiden Schweizer Mannschaften, die nächste Woche Europäer spielen. Der FCZ hat im letzten Grund gegen Bayer Leverkusen in der Europa League und die Berner treffen am Zierstieg zu Hause auf die Fledermäuse Valencia. Showdown in Stade de Suisse. Die dritte Hürde in der UEFA Champions League nehmen die Berner Young Boys gegen den FC Valencia in Angriff. Nach zwei Niederlagen heisst es für die Berner Verlieren verboten. IB gegen Valencia. Am Dienstag live und exklusiv auf Teleclub Sport. Die Spiele der UEFA Champions League werden Ihnen präsentiert von Hotels.com und PlayStation. Offizielle Sponsoren der UEFA Champions League. Das Spiel hier am Dienstag live und exklusiv nur zu sehen hier bei uns bei Teleclub. Und es bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Bevor du wieder etwas sagst, was mit zu Null endet, machen wir es ganz kurz. Sobi, danke vielmals für den Tag. Danke auch. Und Ihnen danke vielmals für das Einschalten. Ganz einen schönen Sonntagabend und morgen einen wunderbaren Wochenstart. Alle Spiele, alle Tore wird präsentiert von EA Sports und dem neuen FIFA 19. For the Players. Vielen Dank.